hallo hey ich mag ganz kurz zu euch sprechen und zwar hier vor kurzem video aufgenommen im auto da ging es um dieses schnelle fehler und um die entschleunigung und den minimalismus ja und jetzt hatte ich wieder so ein paar begegnungen und erlebnisse und wirkt immer noch in mir nach und ich komme halt immer wieder dazu darüber nachzudenken oder eben bei mir zu merken ich mag in meiner ruhe bleiben und in dieser in diesem verlangsamten tempo und auch in dem reduzierten und dass das so schnell geht dass ich wieder in situationen kommen oder menschen begegne die da nicht so drin sind die vor wie am schaffen sind und schnell und dies und das und blablabla und ich packe das nicht und dann hinterfrage ich mich halt ganz oft selbst so von wegen hey wäre es vielleicht einfach gut dass ich mich dem auch anpassen und das ist von mir vielleicht in der art und weise einfach zu ich bezogen zu keine ahnung was was dann der verstand alles kreiert und dann komme ich aber wieder dazu dass ich glaube dass das schon mein weg ist und wie ihr meine stärke irgendwie dass ich das ausleben darf so wie ich bin und dass ich damit in begegnung auch anderen gut tun darf also das ja immer ein aufeinandertreffen von von welten oder von von charakteren oder schwingungen wesen energien und dass es immer irgendwie darum geht sich so ein bisschen auszugleichen und ja die frage die ich mir halt heute irgendwie vorgestellt habe wo kommt eigentlich dieses schnelle und viele her machen wir selbst oder hat das irgendwas mit dem universum zu tun mit den planeten stellen konstellation wo kommt es her und wofür ist es gut und geht es darum dass wir mitgehen dass wir komplett mitgehen ohne uns den kopf zu machen und ohne die bremse einzulegen so wie wie ich es halt mache irgendwie oder geht es darum sich das bewusst zu machen und selbst zu entscheiden in welchem tempo man leben möchte und ja also hier einfach nochmal und da deshalb bin ich da bei mir auch immer wieder so aufmerksam und auch teilweise kritisch mir persönlich hatte hat in der vergangenheit vor ein paar jahren dieses schnelle und viele irgendwie gut getan das hat mich echt zu krassen krankheiten gebracht irgendwie es hat mich so außer gefecht gesetzt und gelähmt und überhaupt und so dass ich dann ganz lang gar nicht wirklich irgendwas konnte und deshalb habe ich für mich so daraus gelernt okay alles schritt für schritt alles zu seiner zeit und ich gehe davon ins vertrauen und ich gehe auch irgendwie so mit den universellen gesetzen mit und wie sag ich immer alles zur rechten zeit am all am rechten ort und ich gebe mich einfach so sozusagen hin dem universellen großen ganzen ja wer weiß also ich freue mich total und bin dankbar für jegliche kommentare sei es einfach auch auf das wie ich irgendwie das jetzt eben so wahr nehme und sehe und könnt also auch gern persönlich was zu mir schreiben aber ich freue mich auch wenn ihr einfach was über euch schreibt wie ihr die erfahrung gemacht habt wie ihr das seht wie ihr es wahrnehmt so ah ja und eins wollte ich noch sagen genau was man mich wieder auffällt also wenn ich eben in der stadt bin oder an einem ort wo viele menschen sind da wirkt alles also in diesem tun in diesem alltag so da wirkt eben alles viel schneller und zu viel und jetzt hier ich kann es mal kurz zeigen darf ich ja das habe ich noch nicht so drauf darf ich gerade so ja ganz am fuße von bergen also es ist nur ein bisschen hügelig noch nicht bergig aber darf ich in ganz einem alten bauernhaus mal mit zu gast sein in einer tollen gemeinschaft und hier ist viel mehr ruhe hier sind ein paar personen aber wir sind viel mehr in der ruhe drin wir machen alles bewusst und achtsam und langsam und hier ist eine andere energie am start und auch das rundherum leider sieht man das jetzt kann ich rundherum sind nur wälder und wiesen und felder und unten ist eine landstraße ja so ich spüre das einfach hier ist ein anderes tempo und daher weiß ich halt nicht ob das wirklich was mit stellen planeten konstellationen irgendwas zu tun hat oder ob es einfach mit uns zu tun hat dass wir das selber schaffen erschaffen erschaffen und dann ist die frage wofür weshalb wofür ist es gut ja das in dem sinne ich freue mich über meldung danke alles liebe namaste ich 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 ich